Der Brot ist fertig. Dein Brot ist fertig. Dein Brot ist fertig. Dein Brot ist fertig. Was willst du mit zusammen essen? Das weiß ich ganz genau. Warum hast du denn keine Butter rausgegeben? Ach so, Butter. Das ist so. Pübel. Männer muss es auch selber essen. Sonst glaubst du die Leute ja nicht. Nicht authentisch. Pübel. Was ist denn das? Bio-Kokosblütenzucker. Baby, Blütenzucker, das war nicht Juicy wie Normalzucker. Du musst das kosten. Nicht wie normal Zucker, oder? Wie normal Zucker oder wenig Süß? wenig Süß. Das ist zu viel. Baby, nein, nein, geht nicht. Gar nicht. Komisch geschmückt. Baby, Wasser? Nein. Lass das. Halt. Genug. Gib ich dir mal ein Tzatziki-Rezept, dann kochst du mal Tzatziki für mich. Du kannst alles filmen, das interessiert die Leute. Weil die wollen das nachkochen. Du musst genau erklären, wie das Rezept funktioniert. Ich brauche kein Rezept. Ja, es wird nichts, es schmeckt nichts. Kochen mit Joghurt, Salz, Pekum, Öl. Na ja, eben. Es schickt fertig. Dann kommt ein koreanisches Tzatziki raus. Aber die Leute wollen ein österreichisches Tzatziki sehen. Dann geht es um so einen Käse. Oh, ja, willst du diesen Käse auch machen? Ich weiß nicht, vielleicht hebe ich mir den noch auf ein bisschen. Dann hebe ich den noch auf ein bisschen. Dann hebe ich den noch halt da. Oh je, gut gemacht. Da. 19. Dezember. Das ist super eine Käse. Gute Qualität, den können wir noch da drinnen lassen. Du kannst Jalapeno machen. Was? Genau. Was willst du essen dann? Nur Butter. Ah, nur Butter. Okay, dann kannst du gehen. Das machen wir heute. Gar nicht. Gib mal Ratz ab. What? Oh, danke. War es für mich. WasHS Was es bitte. respectiver Geist. Als ich ins war, war es nur dazu. was ich sagen, wollte, dass du drinnen lassen.